Meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es wieder um das Thema Selbstvertrauen und um die Frage, wie kommen wir in dieses Urvertrauen, in uns als Menschen. Dass dieser Zweifel weggeht, mit uns stimmt irgendetwas nicht und eigentlich brauchen wir es gar nicht erst versuchen, weil wir ja sowieso schon scheitern. Ich habe dafür keine endgültige Antwort, meine Lieben. Das ist nämlich eins meiner großen Themen in 2020. Und ich möchte mit euch ein bisschen teilen, und das findet ihr tatsächlich nicht in dem Talk, auf den ich mich normalerweise hier beziehe, ein bisschen meine Erfahrung dazu. Also erst einmal, ganz wichtig ist zu gucken, woran liegt es eigentlich genau? Was ist der eigentliche Zweifel? Ich habe nämlich gemerkt, auch im Kontakt mit anderen Menschen, wir haben gar nicht alle den gleichen urtümlichen Zweifel an uns als Menschen. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe ganz früh in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass andere Menschen nicht so gut mit meiner Art zurechtkamen. Ich habe sehr oft in meinem Leben den Satz gehört, du bist zu laut, du bist zu unruhig, du bist zu nervig, du stellst zu viele Fragen und, 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 und. Und ich erinnere mich da immer sehr, sehr gerne an dieses schöne Beispiel von Eckart von Hirschhausen, wo er darüber redet, wie ein Pinguin in der Wüste aufwächst und sein Leben lang denkt, er ist zu nichts zu gebrauchen, er ist langsam, unelegant und so weiter. Und das liegt aber nur daran, weil der Pinguin in der Wüste ist und nicht im Wasser, wo er eigentlich hingehört, weil er dort auf einmal seine Stärken ausleben kann. Das klingt jetzt natürlich erstmal so, das haben wir an so vielen Stellen schon gehört und das ist doch ein alter Hut. Nein, tatsächlich nicht. Denn das sitzt so, so, so tief in uns. Je früher wir die Erfahrung in unserem Leben machen, dass wir in Umgebungen sind, wo die Art und Weise, wie wir eigentlich leben wollen, nicht ganz so akzeptiert wird, wo darauf nicht so wirklich eingegangen wird, dann setzt sich sehr früh dieser innere Zweifel ein. Und das formt sich zu Glaubenssätzen. Ihr werdet hier eine Verlinkung bekommen zu der Kraft unserer Gedanken, wo ich auch nochmal darauf eingehe, dass die Art und Weise, wie wir denken, ganz viel bestimmt, was eigentlich um uns herum passiert und in uns. Und die Zusammenfassung davon ist, wenn wir erstmal in jungen Jahren so einen Glaubenssatz entwickelt haben, dann versteckt er sich gerne auch, der tarnt sich ein bisschen. Das ist nicht so, dass ich durch die Gegend laufe und ständig dieser Satz kommt, ach, du bist doch zu nix gebrauchen, was auch immer. Nein, der ist erstens super schnell da und super schnell wieder weg. Denn, und da würde ich gerne an euch die Frage stellen, welche Ablenkungsstrategien habt ihr oder welche Strategien habt ihr, mit solchen Gedanken umzugehen? Bei mir zum Beispiel, es ist ganz spannend, ich habe so dieses, ich habe, glaube ich, mit 16, 17 angefangen, mich in die PC-Welt zu flüchten. Eigentlich schon früher, aber da wurde es richtig viel. Ich habe an so vielen Tagen so viel inneren Schmerz gespürt und wusste nicht, wohin damit. Und habe viel an mir gezweifelt und habe einen Weg gesucht, wie ich damit umgehen kann. Und weil mir damals niemand erzählen konnte, vielleicht was ich heute weiß, wie ich mit sowas umgehe, habe ich den Fluchtmodus betrieben. Andere Menschen würden in den Kampfmodus gehen, sie würden aufstehen, rebellieren. Das ist meistens auch eine ganz gute Möglichkeit, um herauszufinden, wer man eigentlich wirklich sein will. Und es gibt andere Menschen, die flüchten oder bei mir auch so halb in die Erstarrung gehen und hoffen, dass es irgendwann vorbei ist. Und dadurch hat sich bei mir ein Muster herausgebildet, was ich bis heute, ich bin jetzt 35 und dieses Muster ist immer noch da, ganz oft habe ich diesen Impuls, mich abzulenken. Auf YouTube zu gehen, alles Mögliche zu machen, um es nicht spüren zu müssen. Und ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, das führt wahrscheinlich zu nichts. Ich sage nicht, dass das nicht in Ordnung ist, diese Methode zu haben. Es ist ganz hilfreich, zunächst anzunehmen und zu sagen, das ist meine bisherige Strategie gewesen, mit Dingen umzugehen. Und jetzt entscheide ich mich um. Und diese Entscheidung kostet ganz viel Mut. Und wenn ihr einmal diesen Weg geht und einmal diesen Schritt gemacht habt, dann wird der nächste Schritt leichter und dieser nächste Schritt leichter. Was hat das alles mit Urvertrauen zu tun? Wenn ihr es schafft, an dem Moment, wo eure innere Stimme sagt, boah, eigentlich, was glaubst du, wer du bist? Oder ja, du hast das gar nicht verdient oder das kriegst du sowieso alles gar nicht hin. Du bist ein komplettes, ein kompletter Tun-ich-Gut. Und dem Moment auszuhalten und dem nachzugehen. Und so wie Laura Marlina Seiler, eine ganz tolle Mediatorin und Coachin aus Berlin, immer so schön gesagt hat, sie hat diese schönen Sätze, nämlich, stimmt das? Ist das wahr, was ich mir gerade sage? Und wenn die Antwort Ja lautet, eure Antwort drauf, nochmal zu fragen, ist das wirklich wahr, was ich mir gerade sage? Und nach und nach den Modus zu wechseln und nicht mehr alles zu glauben, was wir uns sagen. Und das ist, glaube ich, für mich auch so das Allerwichtigste, wenn es um das Thema Selbstvertrauen geht. So viel hat damit zu tun, was wir uns für ein Schmarrn die ganze Zeit sagen. Ich bin zu untalentiert, ich bin zu hässlich, ich bin zu blöd, ich bin zu schüchtern, ich bin zu vorlaut, ich bin zu aggressiv, alles Mögliche. Und diese Sätze in uns, die wir uns selber sagen, die haben eine so, so große Wirkung auf uns und die lassen uns die Welt in einem anderen Licht sehen. Und auf einmal verhalten wir uns auch nur noch so, wie wir uns die ganze Zeit denken. Und diesen Moment hinzubekommen, gerade wenn es um das Urvertrauen geht, innezuhalten, den eigenen inneren Schmerzen Raum zu geben und erst mal, und das nenne ich tatsächlich Mitgefühl, Mitgefühl mit sich selber zu haben. Das ist auch richtig blöd, so ein Gefühl zu haben. Und das tut auch richtig weh. Es hilft leider nur nichts, es wegzudrücken. Und ich lerne das immer, immer mehr und das ist ein langer Weg. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, in euer eigenes Urvertrauen zu gehen, nehmt es erst mal an, dass ihr da noch nicht seid. Nehmt, versucht dahin zu kommen, ob es Meditation ist oder ob es Yoga ist. Das sind so diese Standard-Empfehlungen. Ich habe gemerkt, solange ihr es schafft, innezuhalten und still zu sitzen, still zu sein und zu horchen, ob das über Meditation ist, über Yoga, über Sport, was auch immer, solange ihr davor nicht mehr wegrennt und es schafft, eurer eigenen Stimme euch zu stellen und zu gucken, was will die mir sagen oder was sagt sie und woher kommt das und was will sie mir damit wirklich sagen. Denn so eine innere Stimme hat immer einen bestimmten Grund, warum sie spricht. Und der Grund ist nicht, weil das, was sie euch selber über euch sagt, dass das stimmt, sondern weil sie euch wahrscheinlich schützen möchte oder weil sie einfach nur das wiederholt, was andere Menschen euch gesagt haben. Und deswegen geht es im nächsten Video tatsächlich nochmal kurz um das Thema Identität. Denn um mir selbst vertrauen zu können, um in dieses Urvertrauen zu kommen, kommt irgendwann der Moment, wenn wir es schaffen, uns ein bisschen zu lösen von dem ganzen Schmarrn, der auch von außen auf uns hereinkommt, dann kenne ich das selber, das ganz mulmige Gefühl, wenn ich jetzt entscheiden darf, wer ich eigentlich sein will, ja, wie will ich denn sein? Wenn ich ganz viel von dem, was ich mal so gelernt habe über mich und über andere, über Bord werfe, weil mir das nicht gefällt und das alles rausnehme, dann ist da wie so ein großes Loch, was vielleicht gefüllt werden will. Und mir macht das manchmal Angst, wenn ich dann gar nicht mehr so genau weiß, wer bin ich denn? Und woher kriege ich denn jetzt die Idee, was ich denn wirklich möchte? Wie möchte ich denn über mich denken? Wie funktioniert das denn, mir zu sagen, ja, ich vertraue mir, du bist ein wundervoller Mensch? Das klingt auch sehr, sehr, sehr gestochen und so richtig authentisch auch noch nicht. Und dann kommt nämlich die eigentliche Frage, wer sind wir denn wirklich? Und das soll es im nächsten Thema nochmal gehen. Ein paar Ideen, wie wir dazu kommen können, herauszufinden, wer wir wirklich sein wollen. Okay, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.